Wir fangen an in Holland, in den Niederlanden, dann gehen wir weiter zum Kölner Dom, ein Stück weiter, dann kommt Düsseldorf, passt natürlich jetzt 11.11., die Narrenzeit, dann gehen wir weiter bis nach Essen, Ruppertal, Schwebebahn, Kulturhauptstadt Europas, in Dortmund, dann ist unsere Verwaltung mit da drauf, ja, das typische Ruhrgebiet eben. Dann gehen wir weiter, ein bisschen Richtung Pallaborgen, der Herkules. Ja, und dann sind wir schon bei den externen Steinen, oben in den Hamm. Ja, und dann sind wir schon bei den nächsten Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020